Der liebe Daniel fand ein Xbox-Spiel. Doch welches das ist, das wissen wir nicht. Ich fand das wie ein altes Spiel. Wie was für ein Spiel? Ein altes Spiel. Ein altes Spiel. Das ist wie eine altes Spiel. Das kann nicht sein. Das ist... So jetzt, wir brauchen ja auch noch ein Spiel. So jetzt geh ich gespannt. Weil beide sind ja Ketten. Genau. Okay, fangen wir an. Wieso? Warte jetzt einmal. Wir dürfen nicht müssen, damit wir uns zusammenreißen. Wir dürfen nicht lachen. Ganz normal. Okay. Wir müssen fangen. Wir fangen auf an irgendeiner Demo. Okay. Da liegt der Sand raus. Wobei ich so hänge. Warum nicht Ghana? Oder Vietnam. Das wäre cool gewesen. Vietnam. Quasi geschehen. Vietnam haben noch nie etwas gewonnen. Das weiß ich nicht. Oh, ja. Ich stehe vor dem Fernseher. Ja. Schalte hin. Ja. Und was sehe ich? Das Finale der... WAH! Das ist echt nur ein Fliegen. Das war kein Fliegen. Das war ein Fliegen, das ihr da gesessen. Ich hab's ja gesehen. Das ist ja, sie landen. Schau. Das war eine dicke Fliege. Ja. Und der hat ja Blowy hat Angst. Der kleine Blowy-Jobby. Okay. Ja. 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 Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, das ist... Das Licht eingeschalten. Ja, ich hab letztes Mal... Ja, was... Wirklich? Nein. Ja. Nicht mehr ausgetestet, okay? Ausgetestet. Nicht ausgetestet. Ja, 14 Minuten Zeit lang ist voll. Kannst du das lesen? Diese Musik. Warum Hip-Hop? Genau. Nein, ist nicht gescheit, wenn du die Fragen stößt und ich... Okay, ja. Ich glaub nicht, die Schrift nicht lesen. Nein, aber trotzdem... Das ist irgendwie so. Willst du es im Video dann auch sagen, oder was? Nein. Naja, nein. Wenn ich da, wo noch da stehe... Von wo sind die Fragen? Wer stellt solche Fragen? Ja, das scheinen ja eh oft. Also, ja. Das scheinen ja eh oft, damit die Leute die Fragen müssen. Falls nicht mehr ausschauen. Ja. Das ist immer das. Das ist immer das. Okay. Bei jeder Vorbereitung ist es gescheiter, wenn sie der Barset sagt. Genau. Ja. Also, warum Hip-Hop? So geht das schon? Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ich meine, hallo bei Wolf und Daniel, oder? Ja, geh mal ins Auto. 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 Da tust du keine Schwur haben? Nein, das geht nicht. Nein, da stehst du immer da oben, oder? Nein, da stehst du immer da oben, oder? Das steht auch, wo immer steht. Also, ja. Ja, gerne.